Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Hast du Interesse an die Abwechslung in einem Spicerplan? Wenn ja, heute ist der Gericht sehr gut. Gemüsebohr mit veganem Bule, Fruiten, verschiedenen Gemüse, noch einen wunderschönen Aromakräutern. Das ist eine perfekte Rezept. So, wollen wir anfangen? Zunächst schneiden wir den Brokkoli und bronzieren. Strum, Schäle, kann man auch essen. Ein bisschen Salz im Kohlwasser. Brokkoli, zwei Minuten, bronzieren. Äpfel dazu, eine Minute, bronzieren. Jetzt mache ich eine leckere Dip. Kicker essen, geguckt. Äpfel. Mit Mösel stampfen. Wenn du zuhause keine Mösel haben, vielleicht kannst du sie mit diesen Sachen verwenden, oder? So, presse, aber diese ist für Knopfbrauch. Gibt noch andere, ein bisschen größere, für Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie heißt das. Vielleicht kannst du mir schreiben, wie heißt diese. Soja, Sahne, dazu. Helle Hefe Flocken. Mannenmus. Soja. 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 Das ist ein schöner Aroma, sehr frischer. Die Lippe ist fertig, jetzt den veganen Boudet anblasen. Einmal in die Pfanne. Diese vegane Boudet in der Supermarkt kann man kaufen. Das ist sehr lecker. Einfach nur anblasen mit der Dammati-Wasser ablöschen. Ganz einfach und lecker. Dieser vegane Boudet ist auch Ebsen-Protein. Einmal das Wasser ablöschen, bis das Wasser verdammt ist. Zitrone, ein bisschen Reiben. Für dieses Reis, ein bisschen schöner, frischer Aroma. Ah, ich habe vergessen gesagt. Reis habe ich in der Packung Angaben gegeben. Oliva Öl, Sox und Pfeffer. So, Reis ist fertig. In der Zwischenzeit, Kiwi habe ich eine Scheibe zu schneiden. Und die Melonen habe ich mit dem Ausdecken. Jetzt kann man anblasen und essen. Jetzt kann man anblasen und essen. Und jetzt kommt die Boudet. Bordkori mit diesem Dipp. Es ist eine sehr schöne, harmonische, frische Kräuter gesmockt. Probieren wir diese Pudel. Vegan. Perfekt und schlaulich. Einfaches Rezept und so lecker. Also, wir sind wir zu schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das geht los, Lezept. Wow.